Dä, 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 heute treffe ich mich mit Okri und dem Lucky, was klappt? Hi Billy, ja, was willst du schon wieder? Ja genau, Billy, was machst du hier? Willst du uns wieder anpupsen, so wie immer, oder? Dann stinkt hier alles. Äh, warte mal, was meinen sie hier? Ich pupse doch gar nicht so oft. Ich meine, ich pupse einmal pro Tag oder so. Äh, Billy, dein Ernst, du frisst so viele Kekse, dass du am Tag tausendmal pupst. Oh ja, und das Schlimmste ist, du stinkst dann noch so. Äh, ich weiß nicht, was ihr meint. Naja, wie auch immer, ich wollte mit euch eine Build-Challenge machen. Juhu, let's go. Du mit uns eine Build-Challenge? Nein, hm, fake es ist, darauf hatten wir sowieso keine Lust. Schau dich an, mit deinen blinden Augen kannst du wahrscheinlich nicht mehr bauen. Äh, warte mal, heißt das, ihr wollt gar nicht mit mir eine Build-Challenge machen? Schau mal, Billy, wir mögen dich echt, aber manchmal bist du echt nervig, vor allem, weil du so oft pupst. Verstehst du endlich? Pupsen ist nicht gut. Du kannst das gerne bei dir zu Hause machen, aber nicht bei uns in der Nähe, weil sonst müssen wir das immer riechen. Und das stinkt so schrecklich. Habe ich recht zum Lucky? Oh ja, ich habe da immer Albträume davon. Oh Mann, Billy, tut uns wirklich leid, aber wir werden lieber zur zweiten Build-Challenge, Mann. Haha. Das ist eine Build-Challenge ohne Billy. Warte, 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 ihr habt mich vergessen. Äh, oh Mann. Äh, warte mal, das heißt doch, dass ich wohl alleine eine Build-Challenge machen muss, oder? Das geht ja gar nicht. Was soll ich nur machen? Oh Mann. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich werde einfach einen Song machen, dass der Pups total gut ist. Da werden sie wissen, wie ich mich fühle. Das wird total spitze. Macht euch gefasst. So, und fertig. Haha, jetzt werde ich denen meinen Song zeigen. Let's go, wir gehen ja zu ihm. Hm, also, Simlaki, was soll das Thema sein von unserer Bau-Challenge? Hm, lass mich überlegen. Äh, stopp, was will Billy ja schon wieder? Was geht ab? Billy hat doch gesagt, dass wir nicht zu dir, äh, was willst du schon wieder? Ich habe einen Song geschrieben. Oh ja. Halt mal, Billy kann singen. Hä, was? Ich höre mir auf keinen Fall an, Billy. Gib mir doch einfach eine Chance. Vertraue mir, der ist richtig, richtig gut. Es handelt sich um Pupsi. Ha, auf dein Ernst. Nein, Billy, Billy. Das hört sich auf keinen Fall an, oder? Simlaki. Komm schon, Leute. Wir müssen Uchti und Simlaki überzeugen, dass der Song richtig gut ist. Ich meine, ihr hört ihn gleich. Wenn ihr nur ein Like und ein Abo da lebt, vertraut mir. Auf drei, eins, zwei, drei. Und liken und abonnieren. Let's go. Warte mal, da lässt doch niemals jemand einen Like da und niemand abonniert deinen Song. Doch, okay, jetzt lassen wirklich Leute einen Like und ein Abo da. Das heißt, wir müssen den Song einmal anhören. Okay, wenn alle jetzt liken, dann hören wir uns den an. Na gut, Billy. Das muss ja bestimmt gut sein. Ja, du hast recht. Billy, ich sage den Song mehr. Papa, ich danke euch doch. Ich danke euch doch, dass der Song richtig gut wird. Okay, komm, ich schläge es euch vor, okay? Okay, Billy, was geht jetzt ab? So, und ein, zwei, drei, und los. Yo, 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 yo. Billy am Start, was geht ab? Heute mit einem Song für euch. Ich hoffe, er gefällt euch. Pups, Pups. Ein endloser Pups die ganze Zeit. Umgeben von Pups, sie ganz allein. Ich glaube, es ist endlich nun so weit. So weit, so weit. So weit, so weit. Ich fühl mich stinky. Oh, ich wünsche in meinem Haus macht jemand Pupsi. Pupsi. Doch nun peinlich in meinem Raum. Was mach ich denn jetzt? Ich riech doch nur nach Pups, Pups, Pups. Ich mach das zweite Mal nun Pupsi. Doch jetzt fühl ich mich noch mehr dumm. Ah, 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 ah. Oh, die Art wie ich Sam Lucky nerf ist voll cool. Billy macht gern Pups. Ich find, ich bin nun der größte Held. Wenn ich Pupsi auf die ganze Welt. Hoffe, dass er sich durchkämpft. Zähle bis endlich anfängt. Es fänd ich gut, wenn es hält. Nun bin ich stinky. Oh, ich wünsche in meinem Haus macht jemand Pupsi. Pupsi. Doch nun peinlich in meinem Raum. Was mach ich denn jetzt? Denn jetzt. Ich riech doch nur nach Pups, Pups, Pups. Ich mach das zweite Mal nun Pupsi. Doch jetzt fühl ich mich noch mehr dumm. Ah, 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 ah. Oh, die Art wie ich Sam Lucky nerf ist voll cool. Billy macht gern Pups. Lasst ein Like und Abo da, wenn euch der Song gefällt. Und vergesst nicht, Hashtag Billy Gang in die Kommentare zu schreiben. Wird mich auf jeden Fall sehr freuen. Billy macht gern Pups. Hammer, Billy sucht doch nur jemand, der Pups noch für ihn. Ich bin einst allein ein Pups. Allein ein Pups. Und jetzt alle zusammen. Ich mach das weiter, weil du Pupsi. Doch jetzt fühl ich mich noch mehr dumm. Oh, die Art wie ich Sam Lucky nerf ist voll cool. Billy macht gern Pups. Ich mach das zweite Mal nun Pupsi. Pupsi, Pupsi. Doch jetzt fühl ich mich noch mehr dumm. Oh, die Art wie ich Sam Lucky nerf ist voll cool. Billy macht gern Pups. Ja, bin ich out. Ja.